Hallo zu einer neuen Folge von Among the Sleep. Teil... Moment, lass ich mal kurz überlegen. 7, 8, 9. Teil 9. Jawohl. So, wir haben in der letzten Folge, in dem Ende des letzten Folge hier diesen Baumann laufen sehen. Ziemlich creepy und ich hab richtig Schüttelfrost und Gänsehaut gekriegt. Hier hängen so einen Schlüssel, den wir brauchten. Und nun ja, jetzt müssen wir sehen, wie wir diesen Schlüssel verwenden können. Und wieder zurück zu diesem Puzzle kommen, wo wir das eingesammelte Puzzleteil reinsetzen werden. Ne? Was können wir denn hier mitmachen? Okay, das können... Achso. Damit wir da besser durch können wahrscheinlich. Haben wir aber auch so geschafft. So, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall ein Schloss finden, wo wir diesen Schlüssel verwenden können. Oh, wieder hingefallen. Dann lasst uns den mal suchen. Den. Den Schloss. Lasst uns den Schloss doch mal suchen. So, da hinten ging's ja wohl nicht mehr weiter, würde ich sagen. Wir gehen wieder den Weg zurück ein wenig. Geht's da lang? Nee? Da geht's nicht lang. Da geht es nicht lang. So, wir gehen weiter hier lang. Oh. Okay. Oh. 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 Ist der jetzt noch da? Oh. Oh. Dieser Sound. Wo ist der denn? Oh. Ich schwitze mir hier einen ab, ey. Ich schwitze ja mehr. Ich traue mich hier nicht weiter zu gehen. Ich schwitze ja mehr wie in der Muckibude, wo ich gerade war. Alter, ey. Schnell weiter. Weiter. Ich weiß noch nicht, wohin ist das Problem. Hm, da lang vielleicht? Hier? Könnte das sein? Äh. Meint ihr? Nee, oder? Da falle ich ja runter. Ach, hier. Schnell. Wow. Ah. Alter! Meine Fresse! Okay, es ist creepy. Oh. Es ist furchteinregend und es macht Horror. Ich nehme alles zurück, was ich in der letzten oder vorletzten Folge gesagt habe, dass das nicht gruselig wäre und so. Meine Fresse! Oh, meine Fresse! Oh, meine Fresse! Ey, schwitzt hier wie die Sau, ohne Scheiß. Haben wir jetzt noch den Schlüssel? Ja. Den haben wir. Und wo sind wir jetzt? So, wir müssen jetzt... Ich weiß wo lang. Komm! Vollgas! Vollgas, mein Junge! Ach komm! Nicht hinfallen! Bitte nicht hinfallen! Komm! Und hoch! Und Schlüssel! Äh... Zack! Und durch! Das haben wir schon mal! Und weiter! Und weiter! So, jetzt da hoch! Da hoch! Nichts rumdrehen! Nichts rumdrehen! Nichts rumdrehen! Nichts rumdrehen! Ho-ho-ho-ho! Ah! Ey! Oh, meine Fresse! Holla, die Weihfee. Ey. Oh, was ein Game. Puh. So. So, erst mal drei Tode hier gestorben, ey. So, das letzte Puzzleteil ist eingesetzt. Puh, ich bin völlig am Ende mit den Nerven schon. Oh Mann, ey. So, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ey, der Typ, also dieser Baummann, der macht mich echt fertig, ey. Muss ich sagen. Puh. So. Komm. Gehen wir erst mal nach rechts. Hier erst mal drauf. Gucken wir uns mal die Gegend hier an. Und sehen, dass wir nix sehen. Oh Mann, ey. Ich bin völlig schon... Also, ich bin ja ziemlich angespannt, muss ich sagen. Dieser Sound... Der macht mich auch fertig. Oh, nee. Ich weiß noch nicht, wohin. Ach, wir können hier unten drunter. Ich hoffe, das reicht für... Da ist der Baumann. Da ist er. Okay. Alter, meine Fresse, ey. Oh mein Gott. Also. Oh Gott. Läuft der jetzt hier so seine Runde, oder wie? Ich trau mich jetzt hier gar nicht raus zu gehen. Wo ist der denn? Wie läuft der denn? Hallo? Oder läuft der hier zurück? Ich muss erst mal wissen, wie der läuft. Schnell da drunter erst mal. So. Was ist hier? Wasser. Hier ist laut auf jeden Fall. Dieser Typ ist weiter und breit nicht zu sehen. Das ist der. Doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Dieser. Oh meine Güte, ey. Meine Güte. Wo ist denn der jetzt hin? Umgedreht, oder was? Ist der umgedreht? ich sehe nicht mehr der schein umgedreht zu sein gut können wir hier drauf hier können wir auch drauf hier können wir auch rüber da gehen wir doch einfach mal rüber und schauen uns die sache mal von hier aus an da läuft das bestimmt hier drüben rum könnte ich wetten könnte ich wetten ey das ist eigentlich ganz gut dass ich hier kriechen kann weil so kann ich mich ganz schön schnell vor dem typen verstecken und der kriegt es nicht so wirklich mit gott wo bin ich hier gelandet ey kann ich nicht drüber so wir haben aber wieder die zehn minuten erreicht ich würde sagen wir machen hier mal wieder einen kleinen klitzekleinen break und wir sehen uns in der nächsten folge wieder und ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe euch hat das der part gefallen zeigt es bitte mit einem daumen und wir sehen uns im nächsten part euer bensi haut rein ciao auf auf